Hallo und herzlich willkommen zum Legendary Report. Wir haben gestern wieder richtig viele tolle Legendaries gefunden und die möchte ich euch einmal zeigen. Es geht los mit einem Blauzorn mit 2327 DPS, einem Sockel, dann den Effekt da drauf noch und zusätzlich hat das Ding dann auch noch, ja, beziehungsweise man kann hier jetzt auch noch Int draufpacken, indem man zum Beispiel die erhöhte Angriffsgeschwindigkeit draufpackt. An sich erstmal nicht, nicht schlecht, also echt geiles Ding. Zweite Waffe auch wieder eine Waffe mit 2326 DPS, Intwert ist schon drauf, Angriffsgeschwindigkeit ist schon drauf, man könnte jetzt hier Leben pro Treffer runterhauen, müsste man gucken, ob sich das lohnt, wenn man das runter macht. An sich ist Leben pro Treffer ja schon ganz gut, man könnte natürlich auch gegebenenfalls die Angriffsgeschwindigkeit hier runternehmen und dann einen Sockel draufpacken. Dann habe ich Mana-Jumas Schnitzmesser gefunden. Der Damage ist ein bisschen zu low, also im Vergleich zu den Waffen, die ich schon habe, ist der Schaden einfach etwas zu low. Weiter geht's. Dieses Schild habe ich aus diesen Bounty-Kisten bekommen. Echt ein hammergeiles Scheiß-Schild mit 29 Blockrate, 13.000 bis 17.000 Schaden wird geblockt, Widerstand ist drauf, Always ist drauf, Stärke ist drauf, Blockchance ist drauf. Also schon mal ein richtig geiles Schild, falls ich den Crusader anfangen sollte. Hammer Teil. Und der Effekt, ihr leidet 56% weniger Schaden von geblockten Angriffen. Geile Sache. Ja, dann habe ich, die habe ich nicht gefunden, das sind meine, ne doch, die habe ich gefunden, genau. Mit Kältefertigkeiten, mit Intelligenz drauf, Always und kritische Treffer-Chance. An sich echt nice, wenn man irgendwie einen Charakter spielt, der auf Kältefähigkeiten gibt. Na klar, man kann das hier noch umändern, die Kältefertigkeiten zum Beispiel auf Gift oder irgendwas anderes machen. Dann ein Helm mit 704 Int, achso, die Max-Rolls wollte ich euch immer noch zeigen. Reduziert die Uplink-Zeit, also ihr kennt den Helm, er ist jetzt einfach nur ein Level 70 Helm, der auch jetzt schon besser gerollt ist. Dann eine Zweihandwaffe. Die Zweihandwaffe hier ist nicht so toll, mit 978 Intelligenz und 1104 Witt, das ist natürlich gut, aber an sich ist der Schaden einfach zu gering. Die Zweihandwaffen, die sollten schon wenigstens so 3000 Schaden haben, bin ich der Meinung, damit sie dann an der Offhand und an einer Einhand dann nachher im Gesamtschaden rankommt. Ein Ring gefunden mit 452 in 12% Leben, dann regeneriert 1886 Leben pro Sekunde, reduziert die Uplink-Zeit aller Fertigkeiten um 6%, ja, Mana ist noch drauf, und Heilkugeln und Tränke werden 28.696 Leben. Jetzt habe ich noch einen Ring hier, den habe ich geschenkt bekommen, weil den unser Mitspieler nicht braucht. Mit Geschicklichkeit 452, 481 Vitalität, 383 Rüstung, 16% Block-Chance. 60% Block-Chance, das ist jetzt sogar Max-Roll, also hier sind die Werte echt alle top gerollt. Und ja, ist natürlich, erstens ist natürlich ein Hammer geiler Ring für den Tank-Monk. Also hier kann man dem wirklich den Tank-Monk geben, getötete Gegner gewähren mehr Erfahrung, könnte man wegrollen und dann noch irgendein anderer zusätzlicher Effekt. Weiter geht es in Amulett mit 746 Intelligenz, 7% Angriffsgeschwindigkeit, der Duft der Zeit, das Ding kennt ihr auch schon, einfach nochmal mit besseren Stats, aber nicht wirklich so, wie es jetzt hier ist zu gebrauchen. Dann habe ich endlich gefunden, Kami von Gräfin Julia. Ja, okay, mein Telefon klingelt, machen wir gleich. 659 Intelligenz, Angriffsgeschwindigkeit um 5% erhöht, regeneriert 2452 Leben pro Sekunde und ignoriert sämtlichen eintreffenden Arkan-Schaden und heilt euch um 22% der ignorierten Menge. Dann geht es weiter mit einem, also das ist hier super, super geil für Packs mit Arkan-Laser-Strahlen, einfach reinmachen, also man kann das auch drin behalten und wenn man dann ein Pack hat, dann haut man das einfach rein und dann kann man dann nicht mehr wegen den Arkan-Lasern sterben. Dann Ouroboros mit Feuerfertigkeiten in kritische Treffer-Chance, hier könnte man jetzt Leben pro Treffer noch wegmachen und das dann durch kritischen Treffer-Schaden ersetzen. Wäre auch total geil. So, jetzt kommen so die Highlights von gestern, die ich eigentlich gefunden habe, beziehungsweise das Highlight. Ich glaube, die Bus, die hatte ich schon im letzten Report gezeigt. Genau, wenn ihr weniger als 20 Leben habt, sind alle Angriffe garantierte kritische Treffer. Aber was ich gefunden habe, ist hier noch die Gladiator-Panzerhandschuhe mit 701 Int. 750 ist max, 729 Vitalität, 42% kritischer Treffer-Schaden und 10% Krit-Chance. Und dann natürlich die zusätzlichen Effekte, nochmal hier Pick-Up-Radius und nachdem ihr einen Massaker-Bonus erhalten habt, regnet das Gold vom Himmel. Also das Ding, echt Hammer, Hammer-Stats. Wenn man sich mal meine alten Handschuhe anguckt, ich glaube, ich habe die noch irgendwo rumliegen. Das sind meine alten, okay. Die machen zwar etwas mehr Schaden, aber dafür, wegen der Angriffsgeschwindigkeit halt, aber dafür bringen mir natürlich die neuen Handschuhe einfach 21% mehr Zähigkeit. Und jetzt so mit meinem kompletten Gear, wie ich es jetzt hier habe, komme ich schon auf 457.000 Leben und habe eine Zähigkeit von 4 Millionen. Und ihr seht, mein Paper-DPS steht jetzt bei 619.000 oder 620.000 Schaden. Ich mache jetzt ungefähr, wenn wir in einer Gruppe spielen, 10 bis 30 Millionen kritische Treffer an den Monstern. 10 bis 30 Millionen, haut rein. Aktuell spielen wir auch Qual 3, Qual 4 wäre auch schon locker möglich. Ähm, ja, so Qual 3, Qual 4 spielen wir aktuell. Ja, gibt es noch was zu sagen? Ähm, eigentlich nicht. Das war so das komplette Gear, so wie ich es habe jetzt. Das kennt ihr schon. Und, ja, das waren die ganzen coolen neuen Gegenstände. Die Gladiator-Panzerhandschuhe. Der Oberhammer. Muss man mal sagen. Ja, genau. Ja, haut wieder in die Kommentarzeile, was ihr so fettes schon gefunden habt. Mich würde mal interessieren, ob ihr schon ein paar Zuni Masters Parts gefunden habt. Ähm, weil da bin ich ja auch kräftig auf der Suche. Ähm, doch, ich habe noch was gefunden. Fast vergessen. Ich habe diese Dämon-Lederhandschuhe, Armschienen, dieses neue Dämon-Set habe ich gefunden. Also einen Plan. Und natürlich auch mittlerweile schon so ein paar legendäre Crafting-Items hier. Diese holzender Pflok, äh, Wagnis des Todes. Weil man benötigt ja jetzt für die ganzen neuen gecrafteten Sachen unendlich viele Items. Also super viele Items. Was ich auch cool finde. Weil dadurch hat man natürlich im Spiel was zu tun. Und man hat nicht immer gleich alles. Also eine coole Sache. Okay. Das soll es von mir gewesen sein. Das war der Legendary Report für heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Wir sehen uns auf meinem Livestream. Bis dann. Euer Matsi Jin. Ciao, ciao. Euer Matsi Jin.